Ich habe vier meiner ältesten Uhren rausgesucht. Da hat es schon echt Einschläge gegeben. Das sieht man. Auch diese Uhr wurde viel getragen. Wie gesagt, man sieht der Uhr das Alter an. Hallo und willkommen bei Watchmax des Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Mit einem neuen Objektiv meiner Kamera, einem Makroobjektiv, kommen auch neue Uhrenideen. Und zwar werde ich in diesem Video vier meiner ältesten Uhren nehmen und sie mit dem Makro vergleichen und euch zeigen, welche Spuren des Lebens die Uhren bekommen haben beziehungsweise welche Uhr gegebenenfalls auch keine Spuren bekommen hat. Ich werde ausschließlich mit dem Makro draufhalten, keine andere Linse. Ich werde die Uhren noch nicht vorstellen mit Spezifikationen und so weiter und so fort. Zu all diesen Uhren habe ich bereits separate Videos gemacht. Schaut es euch gerne an, wenn es euch interessiert. Hier geht es wirklich nur um den Vergleich der Alterungsspuren und wie Uhren von nahem Betrachten aussehen, wenn sie etwas gealtert sind. Mehrere Jahre im Gebrauch. Wie sehen die Uhren dann aus? Ich habe vier meiner ältesten Uhren rausgesucht. Der Reihe nach. Das hier ist ein Camel Super Crono. Den habe ich von Freunden zum 30. Geburtstag geschenkt bekommen und ist damit 26 Jahre alt. Und den habe ich lange Zeit so getragen, wie ich gedacht habe, dass Camel Super Crono Uhren getragen werden müssen, sprich rücksichtslos. Hier haben wir die Frederic Constant Carrey Moonface als Quartz Version. Die Uhr ist über den Daumen gepeilt, 20 Jahre alt. Nee, gar nicht. Wahrscheinlich sogar noch ein kleines bisschen älter. Nicht ganz so alt wie der Camel Super Crono, aber auch schon relativ alt. Meine erste, in Anführungsstrichen, etwas feinere Uhr habe ich bestimmt 15 Jahre im Büroalltag getragen. Dabei ist diese Uhr zu meiner Freizeituhr geworden und das ist meine Büroalltagsuhr geworden. Das ist die Uhr, mit der meine Sammelleidenschaft im engeren Sinne begonnen hat. Eine SIN 103 STSA, ungefähr 10, 10,5 Jahre alt. Und die U1, meine zweite Uhr aus meiner Sammelleidenschaftsphase, ungefähr ein halbes Jahr jünger als die 103, also auch um die 10 Jahre alt. So, und jetzt zeige ich euch die Uhren alle einfach mal im Makro, um zu zeigen, welche Spuren die Uhren im Laufe der Jahre so bekommen haben. Fangen wir mal mit der Camel an. Und hier kann man schon sehen, die hat wirklich gelitten. Das Glas hat etliche Kratzer. Die Lunette hat einen Abplatzer. Hier kann man das ganz gut sehen mit dem Glas. Auch das Gehäuse, die Hörner, da hat es schon echt Einschläge gegeben. Und das sieht man doch relativ deutlich. Und der Boden, der hat leider auch so manchen unfähigen Uhrmacher gesehen. Ja, man kann aber hier im Boden sehr gut sehen, was der gelitten hat. Und insgesamt doch reichlich Einschläge, Kratzerdellen von allem etwas. Die Uhr hat wirklich viel mitgemacht. Aber sie läuft, wenn sie denn läuft, immer noch komplett problemlos. Das Einzige, was mich an dieser Uhr wirklich massiv nervt, ist das Werk. Das Werk ist ein totaler Batteriemörder. Anderthalb bis zwei Jahre, dann ist die Batterie Platz. Platz, weswegen die Uhr jetzt auch steht. Absolut richtig, richtig schade, weil eigentlich hat das Werk unglaublich viele Funktionen vom Einheitenzähler über Wecker, über Countdown, Stoppuhr. Also wirklich richtig viel verbaut in dem Werk. Leider, muss ich gestehen, bleibt die Uhr bei mir meistens in der Box. Denn zum einen trage ich sie nicht ganz so oft. Und zum anderen, wenn ich sie da mal anziehen möchte, ist in der Regel die Batterie leer. Und das ist dann leider etwas nervig. Die Uhr ist aber, wie ich finde, sehr schön verarbeitet mit den metallischen Ringen, um die Totalisatoren gefasste, aufgesetzte Indizes. Wirklich schön gemacht. Die Leuchtkraft ist nicht und war auch nie überragend. Die Uhr hat auch nur ein Mineralglas. Aber damals war sie mit, ich glaube, 890, 900 D-Mark schon eine richtig teure Uhr. Und für mich hängen da sehr viele Erinnerungen dran. Man kann es der Uhr, glaube ich, auch ansehen. Die ist wirklich, ich will nicht sagen rücksichtslos, aber im Alltag getragen worden von jemandem, der auf Uhren, Uhren sammeln, Werterhalt und so weiter nicht allzu viel gibt. Und so sieht die Uhr auch aus. Nicht ganz so alt, aber ähnlich alt ist meine Frederic Constant Moonface. Und auch hier kann man am Gehäuse sehen, die ist getragen worden. Und sie hat diverse Spuren. Das hier sind also keine Schmären, sondern das sind wirklich Kratzer, Kretzerchen im Edelstahl. Sie hat keine groben Einschläge, aber sie hat durchaus die Spuren. Der Boden hat auch ein, zwei Kratzer. Die sind interessanterweise nicht von mir, denn ich trage meine Uhren ja eigentlich, wenn ich sie im Arm habe, rund um die Uhr, lege sie nicht ab. Das sind tatsächlich Kratzer, die beim Uhrmacher-Batteriewechsel-Service entstanden sind. Ärgerlich genug, hat mich aber auch damals bei der Uhr noch nicht über die Maßen gestört. Vorne ein Saphir-Glas verbaut und wie gesagt, man sieht der Uhr das Alter an. Sie hat doch diverse kleine Spuren im Metall. Nichts Dramatisches, aber doch in einer Art und Weise, dass man sieht, dass sie viele, viele Jahre im Gebrauch war, ohne wirklich verschlissen worden zu sein. Hier an der Seite gibt es tatsächlich einen etwas größeren Einschlag. Da kann man das sehen. Irgendwo mal hängen geblieben. Auch keine wirkliche Delle, aber doch ein kleiner Kratzer, der eine etwas größere Lichtreflexion hervorruft. Das ist die Uhr, mit der meine Sammelleidenschaft begonnen hat und mit der ich angefangen habe, auch mehr auf meine Uhren zu achten. Mal schauen, ob man das der Uhr ansieht. Auch diese Uhr wurde viel getragen, aber an den polierten Hörnern, denke ich, sieht man, dass es hier doch deutlich weniger Gebrauchsspuren gibt als an der Frédéric Constant oder erst recht an der Camel Super Chrono. Natürlich gibt es hier auch kleinere Spuren, bleibt auch nicht aus, weil die Uhr insgesamt höher ist und damit deutlich leichter irgendwo mal hängen bleibt als die extrem flache Frédéric Constant, einfach viel weniger Auflagefläche, um irgendwo hängen zu bleiben. Aber trotzdem sieht man meiner Meinung nach an der 103 deutlich weniger. Wo man etwas sieht, wenn man nah genug rankommt, die Lunette, die hat doch das ein oder andere Krätzerchen mitbekommen. Auch hier nichts wirklich Dramatisches und auch nur im Makro bei gutem Licht ernsthaft zu erkennen. Wenn ich das jetzt mal hier in vernünftige Perspektive setze, dann seht ihr, wie nah ich ran war, um hier die kleinen Krätzerchen auf der Lunette einfangen zu können. Also alles nichts wirklich Ernsthaftes. Auch die Hörner von oben sehen vergleichsweise gut aus. Kleinere Spuren vom Bandwechsel sind vorhanden. Schauen wir uns mal die Rückseite des Bandwechsels an, weil ich meine Hörner zum Bandwechsel ja nicht abklebe, wie das manch anderer macht. Man kann vermuten, dass ich das Band gewechselt habe, aber auch hier sehe ich keine außergewöhnlichen oder unnormalen Abnutzungsspuren. Nichtsdestotrotz sieht man dieser Uhr auch an, dass sie getragen wurde. Also nochmal im Vergleich. Rücksichtslos als Freizeituhr. Jahrelang im Büro. Erste Sammlungsuhr sehr häufig getragen, aber mit etwas Vorsicht. Alle drei Uhren haben ihre Gebrauchsspuren, die man auch sehen kann. Kommen wir zur U1. Die U1 ist ein Panzer, ein Tank, also wirklich richtig robust. Und mein Modell ist zudem auch noch komplett tegmentiert. Das heißt, nicht nur die Lünette ist tegmentiert, gehärtet, sondern auch das Gehäuse sowie das Band. Jetzt gehen wir nochmal genau ran, um zu gucken, wie eine zehn Jahre alte, voll tegmentierte U1 aussieht, mit der ich tauchen war, mit der ich mehrere Strandurlaube gemacht habe, mit der ich in der Brandung geschwommen bin, Wellensurfen am Strand gemacht habe, Wellenreiten, alles mit der Uhr am Arm, Gartenhütten aufgebaut, ein Haus umgebaut. Und es ist, als wäre die Uhr neu aus der Box. Also hier kann man wirklich sehen, was die Tegimentierung ausmacht und wie gut sie die Uhr schützt. Das habe ich hier ein bisschen Abrieb. Machen wir den weg. So, also da ist wirklich kein Kratzer dran, auch an den Löchern vom Bandwechsel. Und ich habe viele Bandwechsel mit der Uhr gemacht. Auch da ist nichts zu sehen, wenn man ganz nah ran geht, das Loch absolut sauber. Die Hörner, die Anstöße. Noch einmal die Lünette von der Seite. Ich habe hier auch verschiedene Male die Lünette gewechselt. Man sieht es an der Schraube hier, die hat ganz leichte Gebrauchsspuren, ohne doll gedreht zu sein. Richtig, richtig gut. Auf der Schließe sieht man ein paar wenige Spuren. Hier unten in dem Bereich sieht man ganz leichten Abrieb der Mattierung. Oben muss ich auch gucken, wie ich das einfangen kann. Hier oben sind ganz, ganz leichte Kratzer. Also wirklich, ich muss sie suchen, um sie einfangen zu können. Unglaublich wenig, was man hat. Was die Uhr allerdings hat, und das kommt vom Schwimmen im Meer und dem Sand am Strand. Das mattierte Armband ist poliert an einigen Stellen. Man kann es hier im Licht ganz gut sehen, wie auf den Wölbungen der Glieder das Licht etwas glänzt und spiegelt. Es ist noch nicht wirklich glänzend poliert, aber es ist ganz eindeutig weniger matt als auf der anderen Seite, wo ihr sehen könnt, dass die matte Reflexion gerade über das Glied hinweg geht. Und das Ganze einen einheitlichen, grauen, matten Schimmer erzeugt. Auf der Seite, auf der der Sand vorbeigeflossen ist, ist die Reflexion etwas schärfer und man kann einen etwas helleren Streifen erkennen. Das, insbesondere bei dem Glied hier, sieht man das gerade ganz gut. Das kommt durch die Politur des Sandes in der Brandung am Meer. Zum Teil mit der Hand einfach im abfließenden Sand aufgestützt, dann ist der nasse Sand an der Uhr vorbeigeflossen und das ist das Ergebnis davon. Keine Kratzer, keine Dellen, auch an der Seite nicht. Egal von welcher Seite ich gucke, wirklich richtig, richtig gut und robust. Das ist die Erfahrung, die ich mit tegmentierten Uhren grundsätzlich gemacht habe. Und so kann eine Uhr nach über zehn Jahren aussehen, wenn sie tegmentiert ist. Die Gebrauchsspuren der anderen Uhren hatte ich euch ja bereits gezeigt. Soviel zum Alter von Uhren. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie eure alten Uhren aussehen oder aber ob ihr euch die Uhren noch nie so genau angesehen habt, wie ich das heute gemacht habe. Ich persönlich war echt überrascht, was man alles sieht, wenn man genau, nah und direkt drauf guckt. Am Arm fällt das meiste davon überhaupt nicht auf. Die Makros haben mich zum Teil tatsächlich erschreckt. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren eigenen Uhren, freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.